Willkommen auf Hineingestolpert! Es wird Zeit für eure Fragen. Ja, ein neues Q&A. Ich bin Jens. Das hier ist Hineingestolpert. Ja, ich habe ein paar Fragen. Ich hatte vom letzten Mal, wo ich ein Q&A hatte, noch ein paar Fragen offen von euch. Jetzt sind noch mal ein paar dazugekommen. Ich will eh noch mal ein bisschen auf meinen Kanal eingehen, euch so einen kleinen Einblick geben. Wie läuft's? Wie geht's weiter? Wie ist das letzte Jahr gelaufen? Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen rein. Wir fangen an mit den Fragen. Von AngryDanielAngel habe ich zwei Fragen. Eine ältere, eine neue. Das war, liest du auch Star Trek Bücher? Ja, zuletzt habe ich die Vanguard Reihe nachgeholt. Spielt im TOS-Universum. Bin da beim dritten Buch jetzt am Ende ein bisschen enttäuscht rausgegangen. Aber ich lese Star Trek Bücher immer wieder. Ich picke mir mal einzelne raus. Ich habe jetzt auch mir eine neue Reihe ausgesucht. Da muss ich mal reingucken. Ein paar neue Bücher habe ich da auf der Liste. Aber ich lese querbeet. David hatte die Frage auch gestellt nach Büchern. Also bei Büchern lese ich querbeet. Aktuell lese ich viel Hard Sci-Fi. Sehr tech-orientiert. Ich habe jetzt mal ein altes Buch wieder rausgekramt. Der Antares-Krieg. An sich spannend. Ich habe das früher mal gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das rausgekommen ist. An sich ein cooles Buch. Aber ein Frauenbild. Als ich jung war, hat mich das noch nicht so. Heute sehe ich das ein bisschen alles kritischer. Aber gut. Bücher. Also wie gesagt, ich lese viel Bücher. Science-Fiction, Thriller, Arts-Sci-Fi. Weil querbeet. Da bin ich eigentlich immer zu haben. Gut. Ja. Die unaufgeräumte Seite. Meine Schreibtische. Das würde ich gerne sehen. Das blende ich euch mal hier ein. Ist nicht so spektakulär. Ich würde euch auch gerne den Schnittrechner zeigen. Das Foto habe ich übrigens gerade eben gemacht. Schnittrechner kann ich euch nicht zeigen. Da liegen meine ganzen Steuerunterlagen. Weil ich gerade mitten in der Steuererklärung bin. Das dauert noch. Wie gesagt. Ich hatte jetzt keine Lust, das alles wegzuräumen. Und dann wieder neu auszusortieren. Da. Ja. Habt ihr Verständnis. Den zeige ich euch irgendwann mal. Ist aber auch nicht so spannend. Ist nur ein kleiner Mac Mini. Und noch ein Monitor. Tastatur und eine Maus. Ist rechts neben mir. Ja. Nächste Frage. David fragt. Schaue ich selber Let's Plays? In letzter Zeit weniger. Wenn mir die Zeit fehlt. Ich gucke querbeet ein bisschen. Aktuell vom Pizmeat. Wo sie so einen Dönerladen aufmachen. K-Pup Chef. Oder wie sich das auch immer nennt. Das Spiel. Irgendwie hat das einen hohen Unterhaltungswert. Ihre PUBG Turniere gucke ich ganz gerne. Ansonsten wechsle ich querbeet eigentlich durch. Also es gibt wenige feste Streamer. Die ich regelmäßig ansteuere. Ich gucke gerne auch mal in kleinere Streams rein. Oder Let's Plays. Wechselt halt auch stark. Je nach Interessenslager. Wenn ich mich unterhalten lassen will. Ich nutze auch gerne die Vorschläge. Da entdeckt man mal auch ganz coole kleine YouTuber. Und jo. Boah. Aber. Zeit ich dir selber einen Kanal habe. Komm ich kaum dazu. Leider schon. Ich komme auch kaum noch selber zum Spielen privat. Auch noch so ein Problem. David fragt auch noch. Machst du gerne Handwerkliches? Ja. Kurze Erklärung. Ich sitze hier in meinem Haus. Das habe ich damals relativ günstig kaufen können. Das war das Haus meiner Großeltern. Allerdings stand es zu dem Zeitpunkt schon länger leer. Und es. Ja. Sie haben lange Zeit nichts dran gemacht. Und diese Leerstandszeit hat dem Ganzen auch nicht gut getan. Dann habe ich es zum Marktpreis damals gekauft. und fast komplett entkernt und renoviert. Also ja. Handwerkliches mache ich gerne. Letzten Sommer habe ich mir eine Terrasse gebaut. Eine Holzterrasse. Eine Überdachung drüber gebaut. Nach und nach baue ich jetzt das Grundstück aus. So mal Handwerkliches. Und ich will im Keller. Das ist so ein ehemaliger Partyraum. Da ist halt ja auch ewig nichts dran passiert. Da will ich jetzt die Elektrik neu machen. Ich habe mal Energieelektroniker gelernt. Also Strippen ziehen kann ich auch. Da will ich die Elektrik neu machen. Und das soll irgendwann mal der Raum sein. in dem alles ist was Streaming angeht. Ich will auch noch für so Fälle. Hier will ich eine Ecke einsetzen. Wo ich entspannt mal in so einem Stuhl sitzen kann. Ansteckmikro an. Und kann euch da ein bisschen was erzählen. Ja aber das wird dann erst da unten kommen. Hier drin habe ich einfach nicht den Platz so. Und ich kann meiner Ellie nicht ihren Sessel wegnehmen. Die steigt mir auf den Kopf dann. Berufliche Veränderung. Ja ich hatte ja damals mal erzählt. Dass ich mit meinem Bukuf nicht zufrieden bin. Hat sich auch nicht geändert. Sehr viele Stunden. Man wird halt sehr gut dafür bezahlt. Aber der Beruf ist mir macht das halt keinen Spaß. Ich will mich da ein bisschen durch. Aber ich habe ja den Ausgleich hier den Kanal aufgemacht. Er hat auch gefragt. Ob ich nicht eine berufliche Veränderung im Visier habe. Ja. Sag mal so. Ich würde am liebsten gerne hier in die Region kommen. Dazu komme ich übrigens auch noch gleich. Dass ich näher zu Hause bin. Dass dieses zwei Stunden Pendeln jeden Tag wegfällt. Aber wenn ich das mache. Hier gibt es nicht viel was. Wo ich einfach mal umschulen könnte. Oder was ich machen könnte. Wenn dann würde es halt einen massiven Geldverlust beim Gehalt bedeuten. So oder so. Egal was ich mache. Dazu müsste das hier besser laufen. Dann könnte ich mir das erlauben. Aber in Finanzen komme ich auch noch. Ja. Ich bilde mich halt trotzdem weiter. Nebenbei. Neben der Arbeit habe ich seit jeher immer irgendwas am Laufen. Ich war in der Kommunalpolitik. Bin dadurch eine Karriere durch. Vom Pressesprecher. Vorsitzender von einem Ortsverband. Da war ich lange aktiv. War auf. In Förderprogrammen von der SPD. Damals drin. Bundesweit. Ich habe damals mit Leuten zusammengelernt. Die heute in Landtagen sitzen. In Stadtparlamenten. Bürgermeister sind. Richtung Bundestag marschieren momentan. Also war eine coole Zeit. Aber ich war da nicht der Richtige für. Das muss ich am Ende sagen. Ich hätte mich zu sehr verbiegen müssen. Um da in das System weiter reinzupassen. Gerade SPD. Naja. Ist aber egal. Hier will ich jetzt nicht auf Politik groß eingehen. Ja auf jeden Fall. Ich bilde mich weiter. Aktuell leider viel zu wenig Zeit dafür. Lerne ich mal passend zu meinem Beruf. Elektroniker. Passt halt. Dass ich auch in Sachen Programmierung ein bisschen Wissen drauf schaufe. Und ich habe jetzt vor kurzem angefangen Python 3. Mal mir Basiswissen zumindest schon mal anzuschaffen. Ja das läuft momentan. Ansonsten habe ich auch Kurse an einer Fernuni mal besucht. Mich da weitergebildet. Das ging allerdings eher in Richtung hier YouTube. Was ich hier nutzen kann. Und ich hatte ja mal einen Blog. Da habe ich kreative Schreiben gebucht. Und so Kurse habe ich an einer Fernuni gemacht. Ja. Und ja ländliche Region hat er noch gefragt. Ich wohne im Werra-Meißner-Kreis. Das ist halt ziemlich im Norden von Hessen. Also wirklich ganz im Norden von Hessen. Das ist in der Nähe von Kassel. Ist halt ländliche Region. Und Jobs mäßig ist hier nicht so pralle. Also deswegen arbeite ich in Kassel. Und muss halt immer pendeln. Ich habe auch mal in Kassel gelebt. Aber da sind die Wohnungen. Ich bezahle dafür eine Wohnung ungefähr genauso viel. Wie ich hier für das Haus inzwischen zahle. Ich habe aber zum guten Zeitpunkt auch das Haus gekauft. Wo der Markt brach lag hier. Das hat sich auch geändert. Ja. Wie gesagt. Ist eine wunderschöne Ecke. Lässt sich gut hier leben. Ich finde die Leute ein bisschen spießig. Gut. Ich bin hier zwar geboren, aufgewachsen. Aber ich passe hier. Also was die Leute angeht, passe ich nicht so rein. Gut. Ist ein anderes Thema. Ja. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Der Alex hatte gefragt. Ob sich durch die 1000 Abonnenten bei mir monetär was geändert hat. Und da kann ich jetzt mal einen kleinen Einblick geben. Ich habe ja im Januar die 1000 Abonnenten eingeschaltet. Und wurde dann in die nächste Stufe vom Partnerprogramm aufgenommen. Das Partnerprogramm stuft sich so ein. Ab 500 Abonnenten kann ich den Mitgliederbereich einführen. Das habe ich noch nicht gemacht. Da komme ich auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Und man kann über Super Sanks. Man kann die einschalten. Darüber ist bisher so wie gar nichts reingekommen. Ab 1000 Abonnenten kann man Werbung einschalten. Und das ist dann so, dass ich im Januar habe ich, wo ich es eingeschaltet habe, habe ich 50,82 Euro eingenommen. Im Februar 65,65 Euro. Und aktuell im März bin ich Stand heute bei 41,44 Euro. Damit habt ihr gesehen, also weil auch die Frage kam, lebe ich von YouTube? Nein, nein, bei weit nicht. Ab nächstes Jahr muss ich das auch versteuern. Also was heißt ab nächstes Jahr in der nächsten Steuererklärung? Da muss ich das auch versteuern. Also Gewerbe ist angemeldet. Das läuft auch alles. Ich muss jetzt noch die Selbstauskunft irgendwann mal fertig machen. Und da arbeite ich mich gerade durch einen Fragebogen vom Finanzamt aus Gewerbe steht schon. Und all die Einnahmen, das mache ich jetzt auch in einer schönen Buchführung. Das läuft auch. Einen ganz besonderen Dank möchte ich hier nochmal an David, an Kartoffelbofer und Mecklon raushauen. Die mich zusätzlich noch über Kofi unterstützt haben. Also nochmal ganz herzliches Dankeschön an euch. Euer Geld wandert in die Rücklagen für meinen neuen Schnittrechner. Den ich mir irgendwann von diesem Geld, was ich durch Werbung und so weiter einnehme, kaufen will. Damit ich da ein bisschen effektiver arbeiten kann, ein bisschen schneller arbeiten kann. Nochmal an euch drei. Vielen Dank für eure Unterstützung über Kofi. Wenn ihr mich darüber unterstützen wollt, Link findet ihr unter diesem Video. Da freue ich mich über jeden Euro, der zusätzlich reinkommt. Das hilft mir unheimlich weiter, meine Arbeit hier vorzuführen. Kommen wir mal zu dem, wie hoch sind meine Einnahmen, speziell gesagt. Das erfolgreichste Video zum Beispiel war in den letzten 28 Tagen das Ende der USS Dallas. Und das hat mir 3,12 Euro eingebracht. Bei Shorts liegen meine Einnahmen so zwischen 1 und 5 Cent pro Short. Shorts mache ich einfach nur, weil wir das schneiden Spaß macht, weil ich da ein bisschen ausprobieren kann. Live, da liegen meine Einnahmen zum Beispiel das erfolgreichste. Live-Video in den letzten 28 Tagen war Freelancer Live, eine der Folgen und das waren 2,35 Euro. Also ich werde hiervon nicht reich. Ich bin nicht reich. Ich mache das aus Spaß und das ist auch mein Rat an alle, die YouTube machen wollen, überlegen, hier in diesen Bereich reinzugehen oder gerade dabei sind, überhaupt einen YouTube-Kanal aufzubauen. Ihr müsst an dem, was ihr macht, hier unheimlich Spaß haben. Wer das wegen dem Monetären macht, ihr müsst unheimlich lange dafür arbeiten, dass überhaupt was kommt. Also über Werbung werdet ihr nicht reich. Es muss Spaß machen. Mir macht Spaß. Gerade live, auch wenn es sich nicht so lohnt. Das ist das, was mir mit am meisten Spaß macht. Deswegen will ich das auch ein bisschen stärker irgendwie rausbringen noch. Mir macht auch das Videos erstellen Spaß. Mir macht die Interaktion mit euch Spaß. Also das hat mir auch vor allem wieder viel Spaß an Gaining gebracht, was ich vorher nicht mehr hatte. Und von daher finde ich das richtig geil. Also mir macht, also ja, man muss sagen, sind meine Umsätze hier groß? Nein. Stürzt mich aktuell? Nein. Würde ich gerne, dass es mehr wird? Ja. Dann mache ich auch keinen Hehl draus. Natürlich wäre das geil, wenn ich das hier als Nebenverdienst hätte und nicht als Hobby wie jetzt. Aber ist halt noch nicht, ne? Ich lerne auch hier rüber tolle Leute kennen. Da ist hier von unter euch geleitet. Und ja, auch andere YouTuber. Ich streame ja jetzt regelmäßig mit Bird of Blade D3. Grüße gehen raus. Macht mir auch unheimlich Spaß. Das will ich noch ausbauen. Ich will noch mal gucken. Ich habe ja einen anderen YouTuber, mit dem ich schon mal Kontakt hatte. Das ist ein bisschen eingeschlafen. Bei ihm muss ich mich auch noch mal melden. Mit dem wollte ich auch noch mal irgendein Projekt zusammen auf die Beine stellen. Oh, da wird noch mehr kommen. Da freue ich mich auch drauf. Ja, was ist sonst noch angeplant? Ich hatte ja den Mitgliederbereich erwähnt. Der ist eingerichtet. Der ist fertig. Nicht scharf geschaltet. Der Plan ist bei dem Mitgliederbereich, ich mag es nicht, euch Inhalt, also sowas anzubieten. Und dann einfach nur sagen, gib mir Geld als Unterstützung. Danke, super. Das ist schön, aber ich will halt eine Gegenleistung bringen. Wenn ich einen Mitgliederbereich mache, soll eine Gegenleistung da sein. Das sieht dann wie folgt aus. Ich will es dann so machen. Also so wie es eingerichtet ist, soll es drei Stufen geben. Eine Stufe für Leute, die einfach nur meinen Kanal unterstützen wollen. In einem geringen Beitrag. Die kriegen einfach nur Emojis vom Kanal. Die kriegen bevorzugte Beantwortung in den Kommentaren. Das heißt, die Kommentarfunktion ist sehr unübersichtlich. Manchmal gehen bei mir auch einfach Kommentare unter. Ich kann aber filtern nach Mitgliederkommentaren. Und dadurch wird das ein bisschen einfacher. Und im Chat werden die mir auch garantiert angezeigt. Ihr kriegt es ja manchmal mit, dass wenn der Chat mal bei Freelancer zum Beispiel wirklich runterrattert. Zwischendurch oder mehr Kommentare kommen besser gesagt runterrattern. Dann tut das ja noch nicht. Ich bin ja kein Kronk. Dann verschluckt YouTube gerne mal Kommentare. Und Mitgliederkommentare kann ich mir gesondert anzeigen lassen. Also das ist dieser Punkt. Die zweite Stufe, das wäre dann ein bisschen mehr Beitrag. Da sind die Summen halt alles noch nicht festgelegt. Da bin ich noch nicht zufrieden mehr. Ja, denn die nächste Stufe wären dann exklusive Videos. Das heißt, in der Woche würden nach dem Plan bisher drei Let's Plays pro Woche erscheinen, die exklusiv für Mitglieder sind. Da sind mir dann auch egal. Nehmen wir zum Beispiel den Fall jetzt Terminator oder Black Mesa. Beide Fälle waren so, dass entweder Aufrufzahlen oder Watchtime extrem schlecht waren. So, dass ich Gefahr lief, dass ich damit meinen Kanal runterziehe, weil YouTube gerne den Kanal schlechter ausspielt, wenn du viele Inhalte hast, die nicht laufen. Deswegen muss ich die abbrechen. Beim Mitgliederbereich wäre es mir egal, weil das ist nur für Mitglieder, läuft nur da und wäre dann sogar werbefrei. Weil Mitgliederbereich heißt für mich auch, ich gebe euch was. Ihr bezahlt ja dafür, also schalte ich da auch keine Werbung rein. Also die gesamte YouTube-Werbung, die sollte im Mitgliederbereich dann raus sein. Es sollte regelmäßig auch das, was ich jetzt hier mache, das will ich im Mitgliederbereich auch regelmäßig machen. Euch zum Beispiel einmal im Monat so einen kleinen Einblick in das Projekt geben. Wie lief der Monat? Wie geht es weiter? So was halt, ne? Und dann soll es noch eine super dankbare Unterstützung, ihr seid geil, Stufe geben. Da soll, ja, da gibt es eigentlich gar nicht viel. Das ist für Leute, die mir einen Kanal übermäßig unterstützen wollen. Da würde es einmal im Monat ein Video geben, wo ich einfach nur so erzähle, was sonst so außerhalb des Kanals, was nichts mit Gaming zu tun hat. Die Idee habe ich mir ein bisschen vom Support geklaut. Wie gesagt, das ist eingerichtet. Und der Grund, warum ich es noch nicht eingeschaltet habe, ich glaube, der Kanal ist einfach noch zu klein. Wenn ich jetzt die Woche drei Videos rausnehme, und dann abonnieren das nur zwei Leute oder sind nur zwei Leute im Mitgliederbereich, dann stecke ich viel Zeit rein für zwei Leute. Die freuen sich, aber man muss sehen, das sind dann pro Woche drei Videos. Das sind, wenn ich die Einnahmen dann pro Video ungefähr sehe, die ich machen könnte, da schneide ich mir selber ins Fleisch, bei dem geringen Einnahmen nicht habe. Und deswegen ist der einfach noch nicht eingeschaltet. Wird vielleicht irgendwann, ich werde es nochmal bei 2000 Mitgliedern vielleicht überlegen, wenn ich die erreiche, aber schauen wir mal. Ja, kommen wir mal auf Mitgliederentwicklung. Ich habe in den letzten 365 Tagen 802 Abonnenten dazu gewonnen. Und das ging los im Sommer letzten Jahres. Habe allerdings auch in dieser Zeit sehr viele Mitglieder verloren von diesen Anfängen. Der Start war halt bei ungefähr 300 Mitgliedern. Davon sind viele wieder weggegangen, weil ich mein Programm halt komplett umgestellt habe. Vorher habe ich ziemlich wild auch alles ein bisschen gemacht, und das mache ich nicht mehr. Da sind auch viele wieder von weggegangen. Zahl, die ich gewonnen habe, so eher bei an die 900 Abonnenten. Dafür so knapp 100 verloren. Und auch jetzt rotiert das immer noch ein bisschen. Ich gewinne aktuell konstant Mitglieder hinzu, verliere aber konstant wieder Mitglieder, die irgendwas sich immer angesehen haben wahrscheinlich, was ich aktuell nicht mehr im Programm habe. Und deswegen halt weggehen. Das ist okay. Ich abonniere und deabonniere ja selbst Kanäle, je nachdem, wie ich es gucke oder nicht gucke. Und von daher ist es eine ganz gute Entwicklung. Also ich bin voll zufrieden. Ich finde das geil. Gerade dieser Schub um Weihnachten rum, der war irre. Da ist ja mein Kanal nach oben geklettert. Das war der Wahnsinn. Was vielleicht noch interessant ist, ich habe ja auch die Übersicht, wann seht ihr am liebsten die Videos. Die zwei schwächsten Tage sind aktuell der Freitag und Samstag und Montag halten sich die Waage. Montag ist besser geworden durch Elite Force. Stärkste Tag ist der Sonntag, weil da gucken sich viele noch den Samstags-Livesteam nochmal an. Also ist das so mit der erfolgreichste Tag. Meine Videos werden von 68,5% Nicht-Abonnenten angesehen. Also lasst doch mal ein Abo da. Also wer das sieht und noch kein Abo hat, lasst mal ein Abo da. Top-Zuschauer kommen aus Deutschland. 86% meiner Zuschauer kommen aus Deutschland. 4,1% aus Österreich. 0,9% aus der Schweiz. Und die nächsten Stufen sind 0,2% aus Polen. Und 0,1% aus den Vereinigten Staaten. Leider nur 0,7% meiner Zuschauer sind weiblich. Liegt glaube ich ein bisschen an der Spielerauswahl. Würde ich gerne ändern. Aber ja, also alle Frauen, die zusehen, seid gegrüßt. Toll, dass ihr da seid. Klar, dass es nicht mehr sind. Ich hätte das gerne halt ausgewogen. Aber ist okay. Man spricht an, wer man anspricht. Ja, Hauptzielgruppe meiner Videos sind im Alter von 35 bis 44 Jahren. Dann habe ich noch 25 bis 34 als zweitstärkste Gruppe. Und dann habe ich noch 45 bis 54 Jahre. Und in allen anderen Gruppen verteilt sich so ein bisschen. Ja, vielleicht noch ganz interessant. In den letzten 365 Tagen hatte mein Kanal 203.815 Aufrufe. Die Wiedergabezeit insgesamt waren 21.507 Stunden. Und wie gesagt, 802 Abonnenten hinzugewonnen. Das erfolgreichste Video in den letzten 365 Tagen war Star Trek Birth of the Federation auf Windows 10 und 11. Das hatte 3597 Aufrufe. Ursprung der Borg aus Star Trek Legacy. Das extra, was ich da hochgeladen hatte. Das hatte 2747 Aufrufe. Elite Force 1, die vierte Folge. Die Harvester kommen, kam auf 2425 Aufrufe. Das Grundlagentutorial zu Star Trek Infinite kam auf 2310 Aufrufe. Und Star Trek Armada, eine Linie im Sand, kam auf 2297 Aufrufe. Und jetzt kommt so ein Ausreißer auf Platz 6. Zwölf Tipps für einen leichteren Einstieg in Wirt West. Ja, das war so ein Tipps-Video, was ich mal produziert habe. Hat 2186 Aufrufe. Folge 1 meines ersten großen Let's Plays zu Star Trek New Horizons. Der Griff nach den Sternen. Folge 1 hatte 1995 Aufrufe. Meine erste Folge zu Star Trek Resurgence mit englischen Untertiteln hatte 1945 Aufrufe. Dann auf Platz 9, die größte Schlacht der Geschichte. Folge 12 von Star Trek Infinite mit der Föderation hatte 1908 Aufrufe. Und Folge 1 von Star Trek Voyager Elite Force 1 ist auf Platz 10 und hat 1826 Aufrufe. Und das sind so meine erfolgreichsten Videos. Ja, ich glaube, damit habe ich euch einen schönen Überblick gegeben. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie wieder drunter stellen. Ich nehme die da mit für ein neueres Q&A. Und wenn ich da mal wieder einen Einblick gebe. Und damit sage ich, lasst doch gerne ein Abo da. Gefällt mir. Und vielen Dank nochmal an alle Unterstützer meines Kanals. Ohne euch wäre vieles hier gar nicht so möglich. Und Unterstützer sind auch die, die ihnen gefällt mir hochgeben. Die kommunizieren. Die in den Livestreams dabei sind. An euch alle. Danke. Lebt lang und im Frieden. Haut rein. Auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020